Herzlich willkommen zu einem kurzen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es darum, wie man die Grandstream GWN Access Points aktualisiert, also Firmware Update durchführt. Dazu müssen wir uns zuerst einmal an unserem Controller anmelden. Dies geschieht dann ganz einfach mit den richtigen Zugangsdaten. Nachdem wir uns dann auf dem WLAN Controller angemeldet haben, gehen wir in den Bereich System Settings und hier auf den Punkt Maintenance und dann auf Upgrade. Im Bereich Upgrade können wir hier den Firmware-Server angeben. Dieser Firmware-Server kann entweder lokal gehostet werden oder es kann der Firmware-Server von Grandstream sein. Jetzt ist die Frage, wie bekommt man natürlich den richtigen Firmware-Server heraus. Auf der Website von Grandstream im Bereich Support und dann Firmware bekommen wir eine Übersicht zu allen Grandstream-Produkten und den dazugehörigen HTTP-Upgrade-Servern. Im Falle der GWN-Modelle haben wir natürlich hier den Bereich Wi-Fi Access Points und dann haben wir hier die verschiedenen Modelle und die zugehörigen Upgrade-Server. Diese Upgrade-Server können wir uns hier einfach kopieren und im Anschluss wechseln wir dann wieder zurück in unseren WLAN Controller. Im WLAN Controller können wir dann hier einfach unter Firmware-Server die entsprechende Adresse angeben. Danach speichern wir hier einfach die geänderten Einstellungen und dann gehen wir in den Bereich Access Points, wählen unsere gewünschten APs aus. Hier oben kann man auch klicken, um sämtliche APs auszuwählen und dann kann man hier auf den Knopf Upgrade drücken und damit gibt es die Möglichkeit, die verschiedenen APs zu aktualisieren. Wählen wir den Master natürlich als Access Point aus oder mit aus, bekommen wir hier natürlich einen Hinweis, dass wir diesen nicht zuerst upgraden sollen. Haben wir natürlich jetzt nur einen Master, müssen wir das natürlich trotzdem machen. Den Master kann man ganz einfach aktualisieren, indem man hier wieder in den Bereich System Settings geht, auf Maintenance, nochmal auf Upgrade und dann gibt es hier die Möglichkeit, Upgrade Now durchzuführen und damit können wir den Master sofort aktualisieren. Wir bekommen dann auch hier nochmal die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen oder zu bestätigen. Im Normalfall startet jetzt natürlich der Download und dann müssen wir das System nochmal neu starten. Dies bestätigen wir dann auch in der Konfiguration. In diesem Fall ist die neueste Firmware schon installiert, deswegen bekommen wir den Hinweis, dass dieses Upgrade nicht notwendig ist und können das Ganze mit OK bestätigen. Ich denke mal, es hat ganz gut gezeigt, wie man einen Firmware-Upgrade hier bei den Grandstream GWN Access Points durchführt. Damit sind wir hier am Ende des Videos. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und gerne bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.